Es ist ja immer wieder schön, wenn wir es nur den ersten beiden Münzen finden, dann ist ja alles okay. Ich konnte mal wieder ein Checkpoint. Boah, endlich. Danke, Mann. Schon crazy, das Level. Ah, wieso? Alter, dann lande doch auf mir. Nö, jetzt komm ich zur Seite, ihr lehnt. Richtig fies. Einfach fies. Oh, Mann, er stand drauf. Flop, runtergefallen. Alter, ich hab mich nicht bewegt. Okay, die Dinger schleudern einen auch weg, okay. Warte, warum... Das sind Schleuderdinger. Ist doch nicht normal, Mann. Nee, die... Oh je. Schon wieder? So. Ach, Mann. Ey, wie... Wie genau man da drauf landen muss, ja? Ich schaffte, Mann. Du... Nein, 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 nein. Und... Nur wieder ordentlich Cash. Oh... 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 Oh, ist ne Fehler da unten? Oh, Gott. Gibt's nicht irgendwie ne größere Lücke? Nö. Oh... 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 Da unten war grad ne Fähr noch da unten. Oh... Ich hab Angst, Mann. So richtig Angst. Oh... Oh, ich werd beinahe da rein gejumpt, ey. Mann. Kommt halt immer so ne Viecher an. Verdammt, das Level ist beendet. Hier ist noch ein Geheimgang hier unten. Wie sollt ihr da unten hinkommen? Das ist echt noch ein Geheimgang. Aber ich hab Lely nicht mehr. Mann. Da brauch ich Lely zu. Ganz sicher. No risk, no fun. Das klappt nicht. Das klappt niemals. So... So rollen, springen und mit Lely noch rumzwirbeln. Ich lass das lieber. Ich lass das lieber. Wir haben eh Mützenfachhast. Wir müssen ja so oder so nochmal win. Abgeschlossen, Alter. Und Meilenstein wieder freigespielt. Haha. Quistingfarben. So richtig schlecht... Man. Mhhm... Mhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Oh gut. Alter, wo sind die letzten 4 Bienen? Zwei geheime Dinger müssen wir da irgendwo finden mit den Portalen und so was. Aber Mann, das wird ja richtig übel. Der heult da rum. So, dann nochmal eine Quest mit der Pages. Mit der Pages. Müsste die letzte Pages-Quest sein. Gucken wir mal, dass wir auch so erwähnt. Wir sind bereit. Dann mal los. Pages-Quest. Eine Herausforderung. Von den Pages. Okay, was soll das? Ist ja wohl voll krass. Und einfach mega easygoing. Einfach easygoing. So, Herausforderung bestanden. So. So, gute Arbeit. Jetzt haben wir die Oberwelt zu verändern versucht. Immer noch nicht das letzte? Na, vielleicht ist da halt noch irgendwo eins. Da hinten. Erstmal alles hier entgiften. Weee. Und abgetaucht. Oh Mann. Hey, cool. Oh, da ist hier der Typ hier. Cool. Aus dem ersten Teil. Der Rollercoaster. Nee, der Minecart. Fühlt das überhaupt irgendwo hin? Fährt einfach im Kreis. Hey Mann, fühlt das überhaupt irgendwo hin? Oh, findet was, um mich zu stoppen. Ah. Okay. Dann finden wir was zum stoppen. Dann kriegen wir nämlich auch das Tonikum. Ja, 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 ja. Jo, Mik, Mann. Kann der richtig schon mit dir hier mitfahren? Gruselschiff, Schriftrolle. Wieder Gruselschiff? Ja, klar, so ein Minecart, hier die Wand hochfahren. Genau. Endlich ein Minecart-Level. Mal gucken, Krono, mal gucken. Ist überall was. Ist überall was versteckt. Muss ich hier. Mist, ich muss den echt von oben machen. Nee, okay, ich bin aber zu langsam, um den Schalter irgendwie zu aktivieren. Gehen wir mal weiter. Okay, ich muss von ganz oben so eine Kiste immer weiter runter ballern. Alles klar. Hallo Zapfenhuhn, Hallöchen. Ah, hier ist der Ring aus Licht. Hier ist der Ring aus Licht, oder? Ist doch hier ein Ring. Aber halt nicht auf dem Dach, oder? Halt durch diese Fenster. Sieht halt so aus wie ein Ring aus Licht. Das ist natürlich falsch. Das ist nur Verarsche, Leute. Alles nur weg. So, sonst brauche ich hier die Kiste für nichts. Ist ja auch nicht auf dem Dach. Ich bin nämlich bei dem Barsch. Oh nein. So. Who ist es? Geht das so, oder? Es geht so. Geil, Mann, ey, war das nicht cool? Sonst ist hier nichts mehr. Du-du-du-du-du-dum. Einmal. Okay. Weiter geht das Wait-en. Na ja, soll ich dich wait-en? Ihr wisst schon. Cool. So, jetzt abwärts. Du-du-du-du-du-dum. Hier bräuchst du ja auch nirgendswo, wa? Klickt wie so ein SMS-Ton. So, da haben wir die Kiste jetzt hier unten. Und können unseren Kumpel stoppen. Wo immer wir es wollen. Was ist das für ein langweiliger Trupp hier? So, dann stopp ich ihn erstmal hier. Weil ich da hoch will. Oh, danke, Mann. Noch nicht danken hier. Negativfilme. Ist da immer noch so ein Typ? War ich bei dem noch nicht. Okay, keine Ahnung, warum. Ich war noch nicht bei dem. Ach ja, weil ich mich hier erstmal ablenken lassen habe. So, Typ, was denn? Deine Quest. Ne, ich glaube, da war noch Giftfeuer, ne? Ja, das ist genug. Okay. Hast du den bombardierbaren Felsen weiter links gesehen? Südöstlich von diesem Felsen ist eine kleine Nische. Dort findest du alle Bombenbären, die du brauchst. Warte, was will er? Was will er? Ach, da oben. Okay, okay, ich verstehe. Danke für den Temp, Mann. Okay, das war schlecht. Und wie der Buche einfach auf ihm draufliegt. So. Vor allem weiter südöstlich findest du eine Nische. Was will er? Okay, der Musiker bei denen mal kurz hier ein bisschen besser platzieren. Jo, Jo, so. Ups. Okay, ich durfte auch nicht so weit weg sein. Jetzt ist ich freu da oben. Okay, Leute, was? Was will er? So, links der bombardierende Felsen. Weiter südöstlich findest du eine Nische mit allen Bombenbären, die du brauchst. Jetzt ist mal alles nur gelb. Ja, grün, meine ich. Ja, Jo, so. Ich gucke mir mal die Mauer hier an. Typ, ich verarsche mich da oben. Hey, hier. Oder wieder Übersetzungsfehler. Leute, wisst ihr, wo das hier sein soll? Könnt ihr euch irgendwas darunter vorstellen? So weit kann der nicht weg sein. So weit kann der nicht weg sein. Oh, ich sehe gerade hier geht es jetzt irgendwo rein. Also, das kann der nicht, wie gesagt. Die Bomben explodieren nach einer Weile. Deswegen muss das hier irgendwo sein. Wir fahren mal so. Südöstlich von diesem Felsen. Das ist eine kleine Nische. Südöstlich. Von diesem Felsen. Der kann ja eigentlich nur irgendwo hier. Wir haben ja einen Bomben-Dings aus dem Boden gestampft. Und so Eddie meint, diese Nische suche ich. Eddie, ich habe sie gefunden. Als ob... Na, was sind sie, Eddie? Toll, ein nicht schiebbaren Fass. Ernsthaft? Okay, doch. Der Griff ist einfach nur... Es ist einfach nur ein Griff auf einer Seite. Der Griff ist da, wo man nicht einen Blick drauf hat. Egal, wir haben... Noch schneller rollen. Jetzt kann man mich noch besser rollen. Was ist denn da oben? Guck mal, Leute, da oben ist ein Easter Egg. Da oben rechts ist ein Easter Egg, oder? Was ist das? Da oben ist irgendwas auf dem Stein zerquitscht. Könnt ihr das sehen? Was ist denn das? Das sieht irgendwie komisch aus. Ich kann es nicht erkennen. Du machst Zelda über... Oder das ist einfach nur Gras-Textur. Nee, das sieht so rot aus. Sieht aus wie ein... Sieht aus wie eine Fahne oder so. Keine Ahnung, was das ist. So. Wieder ein weiteres Secret genöst. Der Typ freut sich wieder. Ne? So, dann machen wir mal hier. Noch, da sind die letzten beiden Missionen. Dann haben wir alle Missionen geschafft. Halt noch nicht komplett, ne? Aber... Mann, ey, was für ein langweiliger Trip, Mann. So, was... Was gruselschiff... Schriftrolle. Schriftrolle? Vor allem die andere Version heißt Angedockt. Mann. Das... Das gibt's doch einfach nicht. Irgendein zerquetschter Banner. Ja, so seht auch aus. Servus von was, ne? So, ich muss mal noch ein viertes Tonicum ausrüsten. Dann gibt's einen Erfolg für. Äh, da! Oh, da ist eine Leiter, die er umführt. Scheißegal! Oh! Oh, da ist ein Selbst-Scrawler. Oh, ja, ja, ja! Am wenigsten sieht man mal viel. Einfach so eine Abrissbirne, ey. Wow! Da kommst du ja nicht durch. Oh, kommst du wirklich nicht. So, ey, da war jetzt irgendwo eine Münze. Wie sollte das da... Da ist ein Secret Wii. Da geht jetzt rin, warte. Von erschrocken. Ey, wie immer von... Von, wie immer fällt's runter. Spring doch! Leili und Yuki. Yuki und... Und Leila. Oh, nein, das ist die nächste... Weiter geht's! Okay, ich muss den Coin aber benutzen, ne? Ich muss den Coin mitnehmen. Manchmal springt er aus dem Rollen nicht. Geht mir auch so. Ja, ist manchmal so, ne? Schon wieder nicht. Warum denn nicht? Hast du Schwierigkeiten? Nee! Yum, yum, yum. Aua, hey, was? Oh, wie fies! Voll, ich will natürlich so weit wie vor... Weit wie möglich vorne sein, gleich in den Tod gerannt. Man, Yuki, Alter, Leili und Tod. Oh, 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 oh Vielen Dank.